Schufa schwarz und dennoch Geld? Entdecken Sie jetzt die geheimen Alternative zur Schufa-abhängigen Finanzierung via Bank oder Sparkasse. Profitieren Sie ab sofort von Finanzierungen mit und ohne Schufa. Frage, wie viel Geld bekommt einer, der mit 2,36 Millionen Euro in der Kreide steht, unter anderem im großen, bösen Schufa-Buch? Antwort, jede Menge. Wenn man die Alternativen zur Schufa-bedingten Finanzierung kennt. Ich bin genau so ein Typ. Heute bin ich schuldenfrei. Früher hatte ich mal über 2 Millionen Euro miese. Und daher damals eine ebenso miese Wirtschaftsauskunft. Also war ich auf, gedeih- und verderb darauf angewiesen, auf andere Wege an frisches Geld zu kommen. Wegen, die weder auf die schiewe Bahn führten, noch in die Abhängigkeit von windigen Krediteien. Und ob Sie es glauben oder nicht, es gibt diesen anderen Weg. Sogar mehr, als Sie ahnen. Und den Auskunft teilen Recht ist. Über diese fantastischen Finanzierungswege zur Not komplett an der Schufa vorbei, habe ich einen Ratgeber verfasst. Einen Ratgeber, der Ihnen die Augen öffnet. Finanzierungen mit und ohne Schufa. Der Tidelist-Programm. Sie können noch eine saubere oder wenigst vertretbare Auskunft über Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse vorweisen? Dann wird Ihnen dieses Wissen zeigen, wie Sie sich bei der Bank am besten in Szene setzen. Und zwar so, dass die chronisch misstrauischen Banker ihren Kreditantrag anstandslos durchwinken. Tja, und wenn Ihre fiskalische Skerpholz so schwarz daherkommt wie die Seele des Bundesfinanzministers? Dann wird dieses Buch Ihr finanzieller Durchbruch. Lassen Sie sich von mir beweisen, dass es auch ohne Schufa geht. Denn die Welt da draußen ist voll mit Menschen, die vor allem eines wollen. Ihnen ihr Geld geben. Weil sie darauf erpicht sind, dass sie ihnen dieses Großzügigkeit finanziell vergelten. Und das ist doch ein fairer Deal, oder? Also, wer hat noch Angst vor der Schufa? Nur diejenigen, die dieses Buch noch nicht gelesen haben. Alle anderen kann die Schufa ab jetzt den Buckel runterrutschen. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Und so ist es gut. 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 Die Schufa hat sich auch nicht nur als Nasehbbeinig. Vielen Dank.